so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rahms ist der dicke ja mal wieder fanpost bekommen vom urinalbecken ja und ich weiß nicht was er da gemacht hat was das sein soll ich habe es schon im chat erwähnt im letzten stream der hat mir einfach von einem cardboard einen stützbalken geschickt jeden monat kriege ich jetzt ein stützbalken vom cardboard dass ich mir dann irgendwann mein eigenes cardboard zusammen basteln kann er hat gesagt das ist ein paket dann ist ungefähr zehn mal zehn durchmesser und ungefähr so meter hoch jetzt guckt euch das mal an hier wie eine rakete geht das durch den durch die luft das fliegt weg das ist einfach hier so ein balken ich mag keine ahnung was das sein soll ich habe keine ahnung was da drin ist wenn es umdrehen steht so wie lustiges zeug drauf also mal alles zu halten müssen ungefähr so und dann haben wir hier ein stützbalken vom cardboard ich weiß nicht wie man das am besten aufmacht ich werde mich jetzt hier oben einfach an dieser spitze betun werde einfach überall reinstechen wo was zum reinstechen ist werden gucken dass ich meinen finger nicht kaputt macht welche hinten mal irgendwas machen der karton kann eh weg wir müssen sie jetzt kommen adi wir schneiden sie jetzt auf schneiden jetzt einmal außen hier rum als wären wir der doktor die füße guckt doch mal die füße wie die füße hier drüber hängen wir schneiden sie jetzt auf hier hinten schneiden was noch auf das tun wir mal hier rüber so jetzt ist es unten und dann guckt man hier rein dann schneiden wir das noch ab ungefähr so dann schneiden wir das noch auf der seite und machen das auch so ja die ist nämlich jetzt der pack riesel so jetzt können wir hier reingucken was da drin ist das ist wie eine zuckertüte gemacht glaube ich hier noch fest hier rein hast du auf einmal paroli na hat euch schon mal jemand paroli geboten also mir jetzt schon nämlich der urinalbecken gibt mir eine tüte paroli zitrone guckt euch den bären an so ein grüner lustiger bär kenne ich nicht habe ich noch nie gesehen wo gibt es das gibt es das bei euch ist das irgendwo aus keine ahnung wo aus honolulu bestimmen sieht auf jeden fall interessant aus schön was zum lutschen die ganze zeit dass der schleim aus dem hals rausgeht dann aber hier oh mein gott ist das jetzt für die re oder ist es für mich da steht nämlich wild kind adult wild kind adult summer hill mit viel frischem lammfleisch 66 prozent fleisch waldbeeren und wildkräuter monoprotein also könnte man denken das ist so ein schönes glas wurscht für mich ne schön lammfleisch mit waldbeeren mit wildkräutern aber ich glaube das ist katzenfutter obwohl es ist das eine katze ist das ein wolf ist das sonst was sieht auf jeden fall sehr verdächtig aus da stehen die lämmer noch auf der weide wildkind das ist für dich Ari da guckt das schon ne das wird es schon aufmachen das können wir dir nachher gleich mal geben du kriegst nachher eh noch mittagessen ne da heißt es bevor du diese lumpigen jahrtütchen kriegst gibt es einfach mal ein wild kind mit lamm nochmal paroli noch paroli statt zitrone mit apfel zimt was ist das bitte für eine geile kombination apfel finde ich übelst genial apfel bonbons apfel milkshake sonst was richtig heftig und das ist apfel zimt das heißt da denkst du schon es ist weihnachten ja auch wieder von paroli auch wieder diese komische bär jetzt haben wir hier eine zweite tüte apfel zimt das heißt da könnte ich sogar eine dem muttertier mitgeben wenn die sagt das schmeckt da könnte die auch eine ganze packung paroli für zu hause haben das muttertier ist immer noch da die überlegt sogar ob sie vielleicht noch eine woche verlängert weil es ihr immer noch nicht so gut geht und sie zu hause einfach total verloren wäre und dass ich das bestimmt aber nicht will meine meinung dazu die letzten zwei wochen waren eigentlich richtig cool ich habe immer gemerkt es ist jemand da ich hatte auch aufgaben im leben ich konnte mal mich um samenbrot kümmern ich konnte ihr mal einen tee machen wenn sie was gebraucht hat ich konnte mich kümmern fand ich eigentlich cool hat spaß gemacht und solange es ihr noch nicht gut geht also meinetwegen können sie ruhig auch noch mal da bleiben jetzt haben wir hier bigos mit schweinefleisch und jachtwurst hergestellt in deutschland mit sauerkraut weißkohl schweinefleisch jachtwurst geräucherten bauchspeck aus eu und nicht eu also überall her nicht nur aus der eu sondern sondern sogar aus dem nicht eu also mit bauchspeck einfach nur egal wo der her kommt kennt ihr bigos schon mal bigos gehört vielleicht haben wir jetzt schon genau das nächste mittagessen für heute gefunden ein beutel bigos schön chili sauce dran dass das schön kräftig wird da ist auch noch ein zweiter dabei ist das auch ein bigos oder ist das was anderes es ist was anderes es ist nämlich ein oder was sind das für firmen ich glaube bigos ist die firma und das ist von la finesse la finesse fleisch bällchen topf mit grünen bohnen fleisch bällchen topf mit grünen bohnen wieder ein mittagessen gesichert finde ich auf jeden fall sehr cool jetzt weiß ich aber wieso das teil hier so schwer ist wenn da so fette große dosen drin sind der dosenbalken vom urinal becken und wir haben noch ein linsen eintopf mit fleineschweiß mit schweinefleisch linsen eintopf mit schweinefleisch darauf freue ich mich besonders nicht auf das schweinefleisch aber auf den linsen eintopf an sich ich weiß nicht warum normal ist überhaupt gar keine linsen großartig so linsen eintopf brauche ich nicht als kind immer gesagt nein danke aber jetzt mittlerweile als es mir so schlecht ging letztens der geschmack auch nicht da war und ich habe abgesehen da ist noch eine dose linsen eintopf die die tante mitgebracht hat den mach mal da habe ich jetzt bock drauf jetzt ja auch nächster linsen eintopf kannst du auch wieder diese flying goose chili sauce drauf das ist dann schön alles richtig feurig ist linsen dabei finde ich geht auf jeden fall immer für zwischendurch schönen linsen eintopf und ich ich komme gar nicht mehr rein um an den rest zu kommen was da noch ist ich muss das alles gleich mal irgendwie ein bisschen anders machen jetzt haben wir hier das verstehe ich nicht hustinetten hustinetten kirsche aber da ist doch auch wieder dieser blöde grüne bär ich denke das ist paroli hustinetten paroli hustinetten paroli es ist sogar hier sieht genau gleich aus es ist einfach so ein rundes bonbon es ist ein rundes bonbon ich hätte verstanden wenn es eine bonbons sind zum lutschen und das andere eher so zum kauen so frucht gummi also so mint gummi soll gesund sein soll ja zum kauen sein soll ja sonst was wir drehen das jetzt mal um und schauen ob wir hier noch an die füllung rankommen wenn wir jetzt so reingreifen guck dir mein arm an der ist jetzt 100 kilometer lang und wiegt eine tonne genau ich komme hier nur nicht weiter genau hier in der mitte der karton zusammengeführt wird und das blockiert sich irgendwie so was ist das noch mal grüner bohnen eintopf mit schweinefleisch jetzt könnte ich davon ausgehen dass vielleicht von jedem zwei stück drin sind denn hier sehe ich als nächstes noch eine dose genau die hau am besten ab nö doch nö ach so nö jetzt blick ich gar nicht mehr durch sieht doch alles gleich aus Fleischbällchen Bigos Linsen Erbsen Bohnen deswegen hat er glaube ich auch gefragt was magst du am liebsten Linsen oder Erbsen ich glaube ich habe gesagt alles am besten Bohnen oder so jetzt haben wir also Bohnen eintopf mit Schwein wir haben Erbsen eintopf mit Schwein ne Bauch und Linsen also wir haben im Prinzip alles Ali pass auf dass du da nicht runterfällst ja alles voll Dosen wohin das Auge reicht ich sehe schon wieder das ist doch schon wieder der komische Bär oder einmal Bär haben wir noch aber nicht Ustinetten sondern wieder Paroli aber nicht Zitrone auch wenn es gelbe ist sondern Paroli 20 Kräuter also für ein Adi ein Döschen dabei das werden wir ihm heute gleich zu Fräsen geben ganz viele Dosen für den Dicken und für die Mutter ja da können wir bestimmt schöne Mahlzeiten draus machen oder jeder grabt sich eine Dose für sich sucht sich das raus hier zwei Teile zusammen habe ich noch nie gesehen so eine Post ja die du hier einfach so finde ich auf jeden Fall richtig cool die Dosenstange vom Urinalbecken wir kennen das nicht das werden wir jetzt darüber erschrecken die Katze nochmal und dann würde ich sagen war es das von meiner Seite aus danke an Urinalbecken die nächsten Tage gibt es schöne Süppchen ja ich bin nicht so der Suppentyp der Suppenkasper aber das wird jetzt genascht und danke für die vielen Bonbons da kann ich jetzt 10 Jahre mich von labern und kann der Mama noch eine Tüte mitgeben und jetzt will ich unbedingt dann auch wissen was ist der Unterschied zwischen Paroli und Hustinetten guckt euch den Adi an der wollte gerade seinen Kopf da reinstecken ja los Adi lass dich nicht ab äh lass dich nicht ablenken tu einfach so als wäre ich gar nicht da und 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 nein geht vorbei gut irgendwann ist der Kopf drin das sehe ich da läuft er wieder mit dem Papp durch die Gegend das war es von meiner Seite ich habe es so gewusst Adi Schatz alles Gute so das war es aber jetzt wirklich von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses Outro